Zumindest mein letzter stand hier, da ich mich mit dem Tobi mit drüber unterhalten habe. Das hat er auch nicht verstanden. Ich verstehe so einiges nicht. Ne, deswegen bin ich auch froh hier weg zu sein. Du bist nicht weg, du bist immer noch da. Ach scheiße, tatsächlich? Ja, wo war ich verkehrt? Du wirst niemals weg sein. Ich bin gebunden. Ja, du bist seelengebunden. Ich habe jetzt allein vom Taxi aus drei Dailies angezeigt bekommen. Ja, das ist ein Ruf, der fehlt. Ja, ich habe auch nur wohlwollend. Du questest diese Dailies frei am Anfang, wie wir alle zusammen waren. Da haben wir diese Dailies frei gequestet. Du meinst, dass wir die Dailies überhaupt machen konnten? Jetzt, das habe ich gar nichts verstanden. Jetzt redet keiner mehr. Jetzt redet keiner mehr. Ich nehme gerade den Helm an. Habe ich schon einen Questlock? Warum das denn? Ne, mein Questlock ist voll. What? Warum ist mein Questlock voll? Ach, jetzt wird mir auch mal der Helm hier angezeigt. Ist es denn eine Possibility? Oh, da ist noch eine Daily. Ja, guck mal einer, guck. Oh, nee, du Wahnsinn. Und da unten ist eine normale Quest. Jedes Mal, wenn ich hier lang fliege, ist sie sonst nix. Das ist halt verpackt. Das ist halt verpackt. Boah, ey. RG+. Ich will mal gucken, ob das Horn jetzt aktiv ist bei mir. Der Bolzen, ja? Horn? Ich glaube, die haben das Horn heile gemacht. Und hi. Ich könnte es annehmen. Oh, was soll ich damit? Hier ist ein Splitter bei mir. Splitter, Splitter, Splitteralarm. Hier, 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 hier. Wo bist du denn? Unten. Wo ist unten? Wo bist du denn? Wo ist die Gruppe? Wo ist die Gruppe? Aha. Ich stelle mich mal drauf. Au. Du piegst. Ähm. Angeklickt und nix passiert. Äh, er ist weg. Ja. Okay. Ähm. Ohne Kommentar, ne? Ja. Ne, no comment. Ich fliege mal eben vor die Tür. Vielleicht habe ich hier noch einen, die Nächsten. Äh. Äh, nur Saronit. Balk eines ruhigen Mammuts. Muss ich einsimmeln. Ja, wird schon. Hey, ruhige Mammuts. Sowas gibts. Ich geh mal für dich ein paar... Zwerge knicken. Oh, das finde ich ja richtig knorke. Kriegen wir vielleicht für dich den Rezept, äh, Relikte. Rezepte. Ich glaube, das sollte ich aber umskillen. Mit Heilung kann ich die nicht töten. Ne, also, na gut, du kannst ja schon tot heilen, aber es wird ein bisschen lange dauern, ne? Aber nur ein bisschen. Wer ist der erste Highlighter, der Chapp? Ne, nicht der erste, aber auf jeden Fall einer der wenigen. Jetzt habe ich den Talente-Wechselknopf nicht gefunden. Ich glaube es nicht. So. Ihr müsst das nicht. Doch. Irgendwie bin ich dir zu Dank verpflichtet. Warum denn das? Weil ich dich immer mobbe? Ja, genau. Okay. Das brauche ich. Steht aufs Mobben. Solange du mir keinen Besenstiel anbindest und sagst, so, jetzt mischen wir mal mit dir, ist alles in Ordnung. Verdammt. Ich bin dir im Besenstiel an und sag, flieg, du Hexe. Verdammt. Was ist denn das mit dem Speer? Ja, ich bin auf jeden Fall tot. Der ist ein toller Zustand, oder? War ja heute noch nicht tot. Du musst dich festklammern, du musst den Speer andauernd benötigen. Du hast drei Backen. Nee, das waren mehr als drei Backen. Drei? Nee. Das hat mich ja total überfordert. Ich hatte auf einmal eine komplette Leiste da. Ich denk, was ist das denn? Das Wichtigste ist der Halt. Ja, das erste Relikt. Nee, ich hab ein bisschen Mammuts gepult. Ein bisschen Mammuts. Ja, ein bisschen Mammuts. Ich sprotte meine eigene Art aus. Ja. Und zum Geier liegt meine Leiche. Das war schon früher so. Weißt du, der Stärkste kommt durch und die anderen nicht so. LOL. Nein. WoW. Falsches Spiel. Ich belebe mich wieder und bin wieder tot. Das ist ein toller Zustand bei mir. Instant. Yay. Geil. 3 von 3. Er hat's geschafft. Es war die halbe Quest. Jetzt brauch ich noch diese Immerfrost-Splitter. Und hier fliegt irgendwie Mückenvieh herum. Ja, bei mir auch schon ganz nah. Nö. Ich hab nur Geld fliegen. Geld fliegen? Ja, wenn die mal Geld da lassen würden, wär's noch schöner. Was machen sie stattdessen? Wie in meinem Monitor voll kacken. Mhhh. Toll. Da kommt Freude auf. Da kommt mehr als Freude auf. Ja, ja. Warte auf Wiederbelebung. Bitte mal. Nee, ich komm nicht vorbei. Kann nicht sein. Frag mal im Pizza-Bringdienst, ob man auch eine Wiederbelebung mitbringt. Mhhh, Kollege. Was kostet die denn? 299. Bestimmt mit Aufschlag. Mhhh. Wie, spielen wir Tennis jetzt? Das auch. Ja, falsche Richtung. Mit unserem Niveau spielen wir Tennis. Das fliegt öfter mal eins aus. Ja, ich wollt grad sagen. Natürlich kein Drache hier. Doch, da kommt er. Tritt mich ein Riese. Ich glaub's nicht. Tritt zurück. Mhhh, der spießt mich mit seinem Eissplitter auf. Hast du Helm-Polieren mitgenommen? Äh, ja. Oh mein Gott. Ist kombinierbar mit dem Eissplitter. Mhhh, bin grad dabei. Warum geben die keinen Loot? Warum geben die keinen Loot? Obwohl er weit weg war. Obwohl er weit weg war hat. Oder du in dem Fall. Oh mein Gott. 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 Ich hab's nicht mehr. Ich hab mit dir nichts zu tun. Hau ab. Ich brüllen einen Zwerg. Der Riese ist 20 Meter dahinter. Äh. Ja, nee. Ist klar. Ach ja, man musste diesen Rock beschwören, der dann diesen Zwerg... Äh, so war das. Meinst du so? Ja. Hast du schön gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja, das habe ich befürchtet. Dann nicht wieder keinen mehr beschwören. Warum? Warum ist die Banane krumm? Ach so, muss ein Kadaver in der Nähe sein. Ach so. Ja, und ich habe noch Abklingzeit, glaube ich. Ist meiner. Nein, ist er nicht, verdammt. Dann nicht. Wir pullen doch nicht weg. Klar. Wenn du schon die Aqua hast, kann ich ihn wegpullen. Das macht Sinn. Da ist ja auch noch irgendwo anders mal ein Walk herum. Nein, du musst immer zu dem Gleichen zurück. Sie müssen immer 30 Sekunden warten, bis da die Abklingzeit vorbei ist. Oh, das ist komplett. Nein, Mann. Dann gehst du mir nicht mehr auf den Keks hier. Bin schon weg. Das will ich aber auch hoffen. Ich wollte irgendwo die Höhle. Da ist sie. Jetzt klaut ihr dir das Öl, Keks. Doch, das habe ich schon. Was sagst du, das habe ich bestimmt schon gemacht. Na los, finde den Spitzel. Such ihn, such ihn, such ihn, such ihn. Du hast das Spitzel. Agenten findet man nicht so dolle. Alter, das ist ein Wolf. Der hat eine tolle Nase und so. Der hat einen Riecher für spitze Dinge. Ah, okay. Nicht? Wie heißt der denn? 006? 00 Wolf. Ach, 00 Gold. Ah, okay. Die Riesen sind doof. Nein, nein, groß. Ja, groß und doof. Groß muss nicht immer gleich bedeuten, dass sie auch doof sind. Guck dich an. Ich bin groß. Nein, ich bin lang und doof. Also aus meiner Sicht bist du fast alles drei, aber okay. Zu dreid, ja. Zu dreid geht immer. Du bist das zu dreid, ja. Oh, ich sollte mich bereiten. Ja, bald gibt es keine Riesen mehr. Ja. Bin abgeschafft. Produktion ist zu teuer. Hm, nimm sie die Zwerge. Hm. Die Fruchtzwerge. Nein, mir hätte die auch abgeschafft. Die wären auch abgeschafft. Die Würmer, die droppen echt nix. Die Würmer sind doch egal. Du brauchst das Rohöl. Ey, Rohöl habe ich. Ja, aber die Würmer droppen normalerweise Fleisch, wo man Bufffood daraus herstellen kann. Ja, du wieder. Ey, du musst immer ans Tänzen denken, ne? Klar. Klar, muss sein. Hab auch Hunger. Krieg auch nix. Obwohl, wenn ich richtig im Kopf hab, ist das Zaubermacht Bufffood. Oh, Blümchen. Also habe ich jetzt schon vier Quests. Sehr nett. Wo ist das Blümchen hin? Blümchen verschwunden. Böses Blümchen. Das ist keine Übung. Ah, Panik. Panik. Blümchen ist weg. Das ist ein Skillpunkt. Verdammt. Verdammt. Ah. Lukens Zunge muss ich irgendwann besorgen. Und... Wolkan vernichten. Wolkan war das der aus... Hallen der Gedöns. Ja, ne? Ach, guck mal. Da erscheint jetzt noch mal eine Daily. Oh, nein. Doch. Wo ist sie? Da. Da. Der Speer. Der auch übrigens mitten in der Luft hängt. Ja. Der ist ja richtig. Da hängt er ja schon immer. Nein. Doch. Doch. Nicht auf Novi. Doch. Nicht so mitten in der Luft. So an gar nichts dran gekettet. Das weiß ich nicht. Nee, es ist normal. Also der ist wirklich einfach nur... Ne? Der hat keinen Kontakt mit irgendwas. Okay, natürlich. Das ist natürlich Blödsinn. Das meine ich. Aber der hängt wirklich an zwei Ketten in der Luft. Ja. Die Ketten dazu fehlen. Der reißen Bugs keine Zeit mehr für. Ja. Oder das ist als SM abgetan worden und das doofen die nicht. Wir sind nicht in Amerika. Ach, da ist noch eine Unter. Ja, scheiße, ich fall schon wieder runter. Ich hab mich doch ständig festgehalten. Du hast ja nicht richtig festgehalten. Normalerweise, wenn man runterfällt, kriegt man doch einen Fallschirm, oder nicht? Nein, du stirbst. Also in den meisten Fällen stirbst du, ja. Knapp. Boah, starb auf 3,72 geskillt. Yay. Yay. Ich mach doch noch den Fallschirm. Problem ist, bei diesen komischen Drachen, bei denen du doch den Stab hochwerfen musst. Und wer? Du siehst sie von unten nicht. Ja, das war so eine Sache für sich, das stimmt. Da krieg ich Aggression. Da muss ich jetzt schon zweimal gestorben bin, bei der Scheiße. Ach. Ja, und sterben. Ja, wirklich. Eben war mir eine Instanz, zig, 50 Millionen Mal tot und hier meckert er wegen zweimal. Ja. Das ist schon wieder Rap-Kosten. Du bist ja auch so eine Rap-Koste. Hä? Ne? Ja, ja. Gibt schon wieder kein Loot. Auf dem Offi wäre mir das egal, da habe ich Kohle. Hier sieht ja fast schlecht aus. Rollen sie mal nicht rum, ne? Da ist einer auf Tiefflug. Das bin ich nicht. Ausnahmsweise. Heeeey. Schon wieder nix. Oh Mann, Leute. Wollen die mich verkackern hier? Ja. So, Drache. Oh mein Gott, jetzt kriege ich auch noch Lederstiefel mit Ausdauer und Feuerwiderstand. Außer Reichweite. Na ja, toll. What? Er hat mich abgeworfen. Ja, ist mir auch schon zweimal passiert. Jetzt komme ich gar nicht mehr drauf. Jetzt bin ich dran. Ach Gott, wie funktioniert denn das? Ich weiß, klauen ausweichen mit der Fähigkeit 2. Wenn du schnell genug bist. Aber alles andere, ja. Das war noch auf CD. Ich konnte nicht ausweichen. Das Gefühl habe ich auch, dass es einfach viel zu schnell hintereinander kommt, ne? Ist nachvollziehbar, Rising Bugs. Die Quest kann mich mal am Arsch legen. Kreuzweiser? Oder ein Quadrat? Mach die mit dem Horn. Einmal quer durch die Kimmel. Hm, toll. Geh zum Horn. Einmal blasen. Null Promille könnte gehen. Hornblasen? Ja, genau, wieder. Das Horn herstellt. Ja, Autobroadcast. Instanz verpackt? Helft euch selbst. Ist keine Instanz, es sind Quests. Was soll ich da tun? Ihr selbst helfen? Nein. Wo ist meine Leiche? Da, wo du gestorben bist. Ach, da oben. Ja, genau. Ich habe sie gefunden. Toll. Ich muss noch acht Sekunden warten. Super. Ich darf mich wiederbeleben. Ein unglaubliches Gefühl. Oh ja. Er lebt wieder. Er lebt wieder. Er lebt wieder. Und die Quest mache ich nicht mehr. Er steht nicht auf Rap-Kosten-Farm. Und Runde nicht. Wenn ich keine Chance habe, das überhaupt zu machen, weil jetzt die Fähigkeit noch auf CD ist, dann mache ich das nicht mehr. Ganz einfach. Ja, dann müsste ich jetzt auch sagen. Ich höre auf zu spielen, weil keiner dieser Gegner droppt. Ach, ja. Ja, jetzt klingelt es dann langsam bei mir. Das Telefon. Nein, mein Telefon klingelt nicht. Erstens habe ich kein Telefon, sondern höchstens nur ein Handy. Ja, ich habe keinen Telefonanschluss. Und zweitens würde das nicht klingeln als Handy, weil das ist immer auf Dauer stumm. Ich dachte, bei dir wird nur noch getrommelt, wo du wohnst. Das auch. Rauchzeichen. Rauchzeichen bedeutet meistens, die Wohnung brennt. Okay. Kam bisher noch nicht vor. Viele Pizzen haben es versucht, sind immer wieder dran gescheitert. Dafür ist der Ovi jetzt kaputt. Pst. Das ist ein Heimofen, den ich da habe, ja? Der macht seine Arbeit gut. Okay. Oh Mann, Riesen. Auch nix. Ich glaube, ich verprügel keine Riesen mehr. Das ist ein Dorf. Du bist doof. Nämlich die kleinere Version, die Zwerge. Ey, du bist lange tot. Darf ich ihm das? Hab ich. Achso. So, jetzt machen wir die Quest nochmal. Und zwar so, dass ich die auch hinkriege. Weil jetzt ist da nämlich wieder mir was eingefallen. Man muss sich ja auch festhalten am Drachen. Ja, das muss man auch. Hast du Vicky gespielt? Was? Nein. Von wegen, dir ist das eingeweiht, die Idee gekommen? Nein, so schlimm ist es bei mir doch nicht. Achso, Vicky reibt sich ja die Nase. Du steckst den Finger in die Nase, ne? So ungefähr. Okay. So kann man auch nicht für den Chef mitarbeiten, wenn man hier keinen Loot kriegt. Ist doch anormal, Leute. Jeder dritte Gegner und die nächsten zwei, die folgen keinen Loot. Aber wir machen ja demnächst einen neuen Server auf. Wir spielen ja demnächst Kataklässe. Das ist ja auch hochwichtig. Ja, bestimmt. Der Eisenschrott liegt direkt vor meiner Nase. Die Essenz des Eises fliegt zwölf Kilometer hinter mich. Ja, so muss das sein. Ja, auf einen anderen qualmenden Schrott. Ja, genau. Der Laufprogramm näher war. Okay, der ist jetzt zu einem geflogen, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Das war auch nicht schlecht. Alter, stack das schnell runter mit dem festen Griff. So schnell habe ich das definitiv nicht in Erinnerung. Nötig qualmenden Schrott. Der liegt da vor mir. Hallo. Aha. Oh shit, ich habe einen Eis zu rind. Gib mir mal. Der hat Angst vor mir. Eine Stunde später. Also noch bin ich auf dem Drachen. Er ist da? Hm, er ist bei 50%. Perfekt. Und du bist bei, ähm, ja. Ich bin auch bei 50%. Mit Rüstung. Ah, ihr schafft das. Ja, ich krieg das hin. Ich versuch das gar nicht mehr. Wat? Wat? Jetzt bin ich tot. Macht er mir Schaden? Ja. Und ich dachte, ich würde es schaffen. Ja. Gut, dann nicht. Puh, leck mich doch, du Scheißdrache. Lebe doch einfach weiter, wenn du unbedingt leben willst, wenn er Lebenswille so toll ist. Ja? Fuyu. Ganz ehrlich, Fuyu. Ey, dafür steckt einfach auch dieser Griff halt viel zu schnell runter. Da ist man ja nur noch am Festhalten und alles. Das ist ja abartig. In zwei Minuten warten bis zur Wiederbelebung. Ja, ich frage mich auch gerade, was, was eigentlich, ich habe was bekommen, was eigentlich ein Jubiläer herstellen muss. Ich habe ja gerade gekriegt, glänzendes Glas. Das habe ich noch nie gesehen. Äh, nee. Kann mich auch nicht entsinnen, das mal gesehen zu haben. Das kenne ich eigentlich nur vom Juwe. Ich kenne das nicht mal vom Juwe, kenne ich das nicht mal. Der Juwe konnte mal was aus mehreren Steinen herstellen. Das nannte sich, glaube ich, ja, was mit Glas. Das war auf CD, das konntest du einmal pro Tag machen. WoW, glänzendes Glas. Was sagt ein Dr. Google? Das kannst du öffnen und dann ist da drin halt, oh Gott, das sind die BC-Steine. Hä? Hä? Also kannst du das öffnen mit Rechtsklick? Ja. Dann sind da BC-Steine drin. Ja, mache ich gleich mal, sobald ich tot bin. Äh, sobald der tot ist. Das kannst du herstellen als Juwe mit den kleinen BC-Steinchen. Und drin ist halt ein von diesen größeren, äh, BC-Steinchen. Hier, Edeltopas, Talasid, du hast es nicht gesehen. Oder aber auch die epischen Steine. Ja, sei ja, äh, ein bisschen fehl am Platz, ja, ne? Das ist definitiv fehl am Platz. So, aber wisst ihr was? Ich lasse jetzt den Server-Server sein. Logge mich jetzt hier bei den Söhnen-Hodis aus. Soll noch ihren Scheißdrachen hier alleine machen. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge vom V.O.V. Auf dem Privatsomber von Wisingots. Bis denn. Tschö. Tschüssi.